Und nun, da sind wir wieder. Ich habe irgendwie nicht mehr Steuern rausholen können, habe ich das Gefühl. Aber macht nichts, wir haben positive Effekte. Wir können forschen mit einer 105% Geschwindigkeit. Ist alles noch ertragbar? Bis auf die langen Ladenzeiten dazwischen. Das ist ein bisschen eindeutig zu viel. Fuck, wie heißen die? Fraktionen. Die Fraktionen sind fragmentiert und das Sackt. Aber es kommt definitiv dieser typische Total War Flayer auf. Wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit sitze, dann denke ich mir, ach wie schön wäre es jetzt wieder vor dem Computer zu sitzen, Total War zu spielen, Armeen gegeneinander antreten zu lassen, Provinzen zu verwalten und diese angenehme Musik zu lauschen. Man könnte meinen, ich werde von Sega dafür bezahlt. Wäre schön, wenn es so wäre. Dann bräuchte ich nicht arbeiten zu gehen. Aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen. Den Screenshot muss ich unbedingt posten. Rom, diese Fraktion wurde zerstört. Es gibt keinen Rom mehr. Bitte was? Mir wurde doch eben eines erneuten Streitkräfte zu kommandieren. Okay. Das heißt für mich. Bereit zum Kampf. Mein Herr. Die sind ziemlich gut drauf. Da könnte ich da später mal hier barbarische 100 bauen. Habe ich hier schon barbarische 100 gebaut? Ja. Das nächste wäre Opidum, oder? Ähm. Ja. Das hat so viele Eigenschaften. Aber da braucht man eine umschlossene Siedlung. Naja. Da bin ich bin ich am Hinarbeiten. Brunnen und Kanäle. Ich schicke meine Armeen in diese Richtung. Bab. Bab. Und die hole ich am besten auch von da oben runter. Ich sehne mich nach einem Kampf. Bereit zum Kampf. Ah. Interessant. Repression scheint doch noch gut Wirkung zu haben. Aber wir haben noch ein gutes Stück Geld. Die sind schon voll. Nee. Lauf erst mal da hin, dann macht ihr Truppenaustausch. Das läuft, das läuft. Ziele. Ich hab immer noch die Oberhand. Hm. Stimmt, ich hatte ja da hinten noch ein Schiff rumdümpeln. Eure Befehle? Kurs beibehalten. Gibt es nichts weiteres? Grüße der Mutter. Wie kann ich euch helfen? Ja. Die Frage ist, ist es klug da anzugreifen? Fahren wir lieber noch ein bisschen weiter. Dahin, wo man uns nicht kennt. Da, wo man uns nicht kennt, hat man weniger Bedürfnis anzugreifen. Welchem Wert handel ich? Ist es nicht wert? Da bringt die Provinz selbst mehr. Nächste Runde. 220 vor Christus. Ich hoffe, das Ganze steigert sich jetzt exponentiell. Oder zumindest linear. Je mehr Provinzen, desto mehr Armeen. Desto mehr Armeen, desto mehr Provinzen. Und desto schneller werden noch Provinzen eingenommen, hoffe ich. All diese fucking Wartezeit zwischen den Eroberungen sind etwas nervig. Die Friesen sind ordentlich seefahrerisch aktiv. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Könnt ihr uns bei diesem kleinen Problem behilflich sein? Ein Zeichen vielleicht in Form einer kleinen Geldspitze. Ich kann nicht mein Geld verschenken. Bis ich die 5000 durch den Handel wieder drin habe, dauert es Ewigkeiten. Die hungrigen Hunde sind überall. Der kluge Mann versperrt seine Tür und sucht nach Schildbrüdern. Was sagt ihr dazu? Ich würde die wahrscheinlich eh die nächsten 10 Runden nicht angreifen. Wird wahrscheinlich jetzt erstmal 10 Runden damit beschäftigt sein, die anderen da, die Dumnon ja zu vertreiben. Ich will stündliche Wachgänge. Oh, und schon sind sie wieder gut drauf. Sind ein paar Soldaten da, sind sie wieder gut drauf. Das soll eine Sau genau verstehen. So. die haben nur noch Grundbesatzung. Warte eure Befehle und die Jungs machen sich hier auf zur Grenze. Wenn es die Lage hier wieder gebessert hat, dann geht's weiter. Ich frage mich, wie ich hier öffentliche Ordnung überhaupt reinbringen soll. Momentan ist einfach nur alles Arsch. Jetzt will ich irgendwas rekrutieren. Ja, zwei Einheiten. Seid ihr bereit, dem Stamm euren zu leistern? Und ein paar Blankler sind sicher auch nicht schlecht. Das heißt, zwei volle Einheiten gegen eine fast volle. Plus die ganze Verstärkung, die er da noch überall rumstehen hat. Die mir wahrscheinlich ziemlich auf den Sack gehen wird. Gibt's wahrscheinlich so spannende Sachen. Unterhaltskosten, Unterhaltskosten. Ist natürlich alles sehr nützlich. Kriegerkodex. Angriffsbonus, Angriffsgeschwindigkeit, Raumschaden, Gefechtsgeschwindigkeit, Nahkampfangriff, oi. Geschossschaden, Geschwindigkeit, Schiffszustand. 6% Nahkampfangriff. Und die Abwehr ist besser. Weniger Verlust durch Verschleiß bei Belagerung. Klopf, 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 Verlust beim Verschleißbombe. Geil. Belagerungszeit für Belager der Siedlung. Siedlungstube, ausschließende kochende Öl. Verschleißende Belagerung. Was ist ultimative Belagerungszeit? Zustand für alle Belagerungen. Die Heiligen Tore des Teutates. Äh, Heiligtum des Teutates. Klingt alles spannend. Nächste Runde. Ein bisschen Geld wird ja noch übrig bleiben. Ja, also eigentlich sind wir ja militärisch total im Vorteil. Wenn er uns auf den Sack geht, dann bauen wir uns einfach ein, dann muss er uns angreifen. Die Belagerungszeit müsste drastisch sinken, wenn ich mit zwei Armeen gleichzeitig belager. Wenn er nicht schon vorher ausrückt. Weil ich mit 19 Einheiten würde er glauben, der könnte richtig was reißen. Aber ich muss es dann auch riskieren, die Einheiten aus den Städten raus zu schicken. Und das könnte jetzt etwas schwierig werden. Das Edler Tod. Nee, oder? Oh, Getorix. Ja, Pferde sind schon gut. Gut. Ich lebe um den Volk auf geht's. Die Stadt ist komplett in Reichweite. weiter. Ich habe immer noch zu vielen negativen Gebäude für Armung. Ich weiß ja nicht, was der alles in seiner Stadt gebaut hat. Aber vielleicht bin ich gezwungen, etwas bisschen was abzureißen. In Moridunum habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht wirklich was investiert. Aber es gibt ja keine negative öffentliche Ordnung außer das hier. Es gibt zwar Nahrung, Nahrung gibt Wachstum, aber das Ganze führt auch Verahmung. Die kann ich nicht vorschicken, sind nicht erfahren genug. Imperium nicht groß genug. Dass sie so komische Helme aufhaben müssen. Bauzeit und Baukosten sind eigentlich so nebensichtliche Dinge. In allen Regionen pro Runde. Alle Provinzen. Gibt es irgendwas zur öffentliche Ordnung? Das habe ich glaube schon mal geguckt. Langsam wird es echt mal Zeit. Dass sich hier im Kriegerbaum was entwickeln. Na 1000 pro Runde bei so einer Armee ist auch schon ordentlich. Da oben ist irgendwie nicht so arg viel los habe ich das Gefühl. Oh Danksam werde ich müde. Wie haben wir denn? 22 41 Zeit bald duschen zu gehen. frisi marcomanen mascai masageten massilia media den nasomanen ich brauche eine nase per version räter raten wir mal rum. Natürlich der Tod. Krieg erklärt Räte und Frisi geht mich nichts an. In Gruppe schicken Fraktion angetroffen STI Fraktion angetroffen Räte Massive negative Einflüsse Na stimmt da hat jemand beim BING geforscht. Noch eine Runde dann gibt's von Streitern im Rang 1 Was sind Streiter im Rang 1 Das gibt wieder minus 5 Wie kann ich euch helfen Möge die Mondgöttin meine Schritte leiten Bereit zum Kampf Wir machen uns auf den Weg Grüße der Mutter Ich erwarte weitere Befehle Belassen wir es einfach mal dabei dass wir unerlaubtes betreten machen Bin mal gespannt wie sie reagieren Betreten aber immer noch 30 und freundlich da läuft alles immer noch die Mehrheit langsam gewinnt das Imperium an Bedeutung unbedeutend euer Volk hat noch nichts erreicht und keine Bedeutung für die Welt noch nicht ja ich habe vor dass das sich ändert und zwar mit diesem Schritt komplett Großbritannien wird mir unterworfen sein die 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 gentlemen we present great britain unter the control of ich den namen vergessen ich kino ich kino ladies and gentlemen we present great britain unter the control of the in kino watch this monday on fwt or on wtf nachschubsuche ägypten die ganzen großen fraktionen weg ich erwarte eure befehle ja jetzt muss schnell gehen die siedlung wird belagert oh der hat da leute gebunkert ohne ende wir belagern ihre höhlen für den stamm wie kann ich euch helfen ja schau wie kann ich euch helfen ich habe nichts von diesem fall gemerkt ich wüsste jetzt nicht was mir da jetzt an negativen ich lebe um den volken britanniens zu dienen wir verteidigen unsere position den kampf die belagern ja grüße der mutter ja rekrutierungskosten nö geschoss schaden unter belagerung ich meine wir sind nicht unter belagerung wir belagern angriff bonus gefechts geschwindigkeit nahkampf angriff schaden da wird auch das hier gemacht forschung wird gemacht leute sind wieder mies drauf wie üblich ich kriege nur noch sehr wenig geld pro runde ändert sich alles nach der schlacht schicke ich meine leute wieder zurück in die provinzen erst mal auf gut freund gemacht mit der ganzen ervölkerung der restverwaltete sich von selber könnte man sagen sollen wir auf ein andere herum hacken bis und natürlich drauf aufeinander herum hacken ich habe nur die hälfte verloren die siedlung ist jetzt komplett unbewacht oder was es war klar dass er ausfallen würden warum würde ich eine diplomatische strafe das verstehe ich nicht ganz kim birnen nebel des untergangs aufrechter halt und belager schwer fluss der feind hat alles in unserer macht um es abzulehnen bis untergangs lagerung ich finde irgend so was naja haushalt erweitert sich auch rüstung das ist natürlich auch gut leitet unter seinen lebensumständen aber es ist doch genau andersrum angriffe angriffe ja das war der knadenstoß ich erwarte eure befehle eure macht kennt keine grenzen ihr könnt nun zusätzlich armeenflotten agenten provinzklasse erteilen sehr schön ich lebe um den volk britanniens zu dienen ich sehne mich nach einem kampf grüße der mutter wie kann ich euch helfen für den stamm grüße der mutter wie kann ich euch helfen erweitert lass ich die mal lieber da dran agent die ist nicht mehr von nutzen diese frau minus 52 50 okay das sollte ich was gegen machen List, Infiltration, Spionage, 10% Chance auf Entdeckung, versteckte Agenten. Definitiv das da. Der soll aber noch eine Weile leben. Iska. Zwei Nahrung, okay, daran kann es nicht liegen. Aber das muss weg. ... ... ... ... ... Ach du Scheiße, minus zwölf. Kein Wunder, dass die öffentliche Ordnung so mies ist. Der hat nur Gebäude gebaut, die die öffentliche Ordnung stören. Krasser Scheiß. Oh, stimmt. Provinz, Migration, Wohlstand, Nahrung. Nahrung und öffentliche Ordnung. Die ist aber ordentlich vonnöten. Muss ich mir mal noch irgendeine schwache Nation aussuchen, wo ich da einfach mal so ein bisschen einfallen kann. So ein ganz kleines bisschen. Gelegentlich. Mit ein paar Hundert Einheiten. Aber zumindest ist ein Zwischenziel schon mal geschafft. Großbritannien ist unter meiner Kontrolle. Starten die jetzt noch einen letzten Angriff, oder was? Automatischer entscheidender Seek. Die haben keine Chance mehr. Wenn ich jetzt noch den General da kriege, mit meinem Attentäter. Feindliche Übernahme ist für eine kurze Zeit. Der Tod ist Ewigkeit. Der Feind nähert sich. Ich kann mal nur, wir müssen die Waffen aufnehmen, andringen, Niederschlagen, Ziele. Die edlen Hirsche, Domnonia. Verbleibende Runden, vier. Paarne mit Kierkensis. Haushalt erweitert sich. Das ist wahrscheinlich mein Ziel. Ja, die gibt's jetzt nicht mehr. Minus 81, boah, ist das krass. Nahrung, Wohlstand und Standwirtschaft. Hauen wir erstmal so einen raus. Zwei davon wären sinnlos. Hauen wir sowas raus. Sind die Leute nicht mehr so angepisst. Ich meine, würde ich verstehen. Inschabilität in der Provinz. Minus 1 pro Runde. Okay, das heißt in sieben Runden. Das ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Achso, ja. Ja, da hat jetzt erstmal nichts zu tun, würde ich sagen. Ich meine, es ist wieder alles zu tun. Ja, da hat jetzt erstmal nichts zu tun. Ja, da hat jetzt erstmal schon. Genau, dann könnte ich das hier bauen. Und das hier sorgt für den Ausgleich an Nahrung. Die sind fast wieder aufgefüllt. Die brauchen auch noch ein bisschen. Die sind schon wieder handvoll. Ich sehne mich nach einem Kampf. Bereit zum Kampf. Krieger! Fähigkeit. Oh ja, der hat eine riesen Armee. Da könnte man das schon gebrauchen. Da ist es auch schon ein Stück höher. Und ich glaube, nach der Runde mache ich eine kleine Pause. Weil es zieht mich gegen warmes Wasser. Okay. Ich meine, es ist ja noch mal ein letztes Aufgebot, oder was? Ja, ein letztes Aufgebot. Da kann ich auch aggressive Stellung machen. Was? Versenkt. Müssten die nicht langsam mal kaputt sein? So, Fraktion vernichtet, oder so? Ich könnte mit dem Schiff natürlich auch in eine andere Richtung fahren. So, Richtung Rom, oder so. Ihr wartwürdige Verbündete doch unsere Ahnen empfehlen. Ja, ja, deine Ahnen am Arsch. Kampf ist gut. Auch Getrix. Bereits zum Kampf. Zwei Liste, sehr gut. Nutzbares Land. Lehmgrube. Es ist soweit gleichbleibend, aber ich würde sagen, das ist der richtige Moment, um Schluss zu machen. Bis dann, Leute. Weiter.